So, eine neue Runde. Wir starten diesmal in Westpoint. Anbei von dieser normalen Standort Westpoint Stadt ist natürlich Westpoint Expansion. Aber um Westpoint Expansion geht es uns diesmal gar nicht. Wir haben nämlich auch Schusswaffen und Waffenfunde etwas hochgenommen, dass man das finden und looten kann, denn wir wollen ein was machen. Auch eine neue Mod. Eine riesige Einkaufsmeile, eine riesige Mall. Wo dann teilweise so viel los ist. Also wir hatten richtig Action, da war alles nur noch voller Blut und Leichen. Evil Dead. Das wollen wir machen. So, die Story diesmal, Schatz. Und dann gucke ich gleich, was los ist. Ja, der Zombie Apocalypse ist halt ausgebrochen. Meine Fresse. Unbeeindruckt ist der O.W. öff gestanden. Sammelt sich jetzt gleich sein Zeug zusammen. Dann hatte Mary Strom geht ja angerufen und hat gesagt, Mädel, wir müssen mal wieder die Welt retten. Die sind alle in der Mall. Das ist unser Ziel. Da müssen wir hin und die alle mal boxen. So, was hast du denn, Schatz? Gott, ich selbst. Ja, und die haben wir ja auch noch mit drin. Stimmt, wir haben dieses... In dem Haus, wo ich gespawnt bin. Last of Us, können manche Häuser zufällig mit Sporen verseucht sein. Da braucht man dann erst eine Gasmaske, um die zu betreten. Also du kannst die betreten, für einen kurzen Moment, aber dann wird es bald kritisch. Dann fängt er an zu wirken und zu kotzen und da läuft es sauber und naja, sowas halt, gell. Also ohne Gasmaske kann man dann sowas halt nicht quietschen. Okay, so, die Mary, wie gesagt, habe ich angerufen. Jetzt ist nämlich Schluss hier. Hier die Mott habe ich auch neu gemacht, damit man das Inventar ein bisschen besser im Überblick hat. Ja, also, ähm, normalerweise einen Dosenöffner. Normalerweise einen Dosenöffner. Das geht doch schon wieder los. Dosenfrohkocke, öh. Ja, schön, ich habe Essen in der Dose gefunden, aber ich habe keinen Dosenöffner. So, jetzt will ich erst mal zum Mary kommen. Machen wir mal Gruppe, wie geht denn das? Das weißt du ja, aber guck mal bitte nach, Schatz. Ich weiss das immer, Witt? Du bist du, zeig mal kurz. Ja, Mary, ich bin hier am westlichen Ende. Du bist hier. Ah, die wohnen neben mir. Das war alles geplant. Ne, wir treffen uns bei mir. Guck, das ist ja allein in dieser Lücke. Ne, der hat sich so ein bisschen abgeschüttet von den Viechern, die da draußen so wohnen. Ich wohne einfach mittendrin in den ganzen. Blattpapier, brauche ich das? Nein. Das ist ein Blattpapier. Wieder Kekse kochen. Kekse kochen? Ach so, und ein was noch dazu. Wir haben diese Möglichkeit genutzt. Das ist ja dann kein Cheapen. Dass du einstellen kannst. Du hast 100 von diesen Fertigkeitspunkten zu verteilen. Ne, mit diesen ganzen, wie nennen wir es denn, Fähigkeiten, die man haben kann. Dementsprechend sieht das bei uns beiden relativ gleich aus. Nämlich so hier. Und dann auch hier. Da ist alles dabei. Fitness, kann besser zielen, kann besser schießen, ist besser mit Waffen. Alles ist da irgendwie dabei. Wir haben uns angeeinigt, dass der Mary so ein kleiner Fuchs ist, so ein kleiner Einbrecher und uns die Autos knackt. Das hat die als Hauptberuf genommen. So, damit wir hier auch mal jetzt die Zombies mal so ein bisschen quetschen und quietschen. Ich fahr mal zu dir. Sie hat schon das erste Auto. Und jetzt holt mich... Ich hör sie schon. Die gute Mary erst mal ab. Und eckt schon wieder irgendwo an. Oh, bei dir im Garten ist ganz schön was los. Na, dann müssen wir die mal boxen. Wir müssen die zwicken. Sieh mal, wie sieht denn da aus? Hat der was? Nein, natürlich nicht. Ah, meinen Stift hab ich schon, du Blödmann. Dann hake ich nämlich das Haus hier gleich ab. Ist das hier? Ja. Und denk dran, schön laut und deutlich reden. Ja. Ja. Okay. Baseballkappe, ne? Das hab ich gesucht, wenn die Zombie-Apocalypse ist. Gut, dann hake ich das ab. Hat der das gelesen? Ja. War jetzt gelesen. Wie schnell liest denn der? Der guckt die Bilder an. Ach so, macht man das. Okay, gut, passt. So, ich hake mal die Mutti hier ab. Ja, also unser Ziel, wie gesagt, Munition sammeln, ausrüsten und dann geht's rüber in die Mall und dann wird aufgeräumt. Da ist ja Schluss mit lustig. Heute machen wir einen Zugriff. Ja, das war auch nicht richtig, das Erfolge, aber das kommt schon relativ zeitnah. Oder? Ja. Ey, was wir da rumgerotzt haben, gell? Ich nehme mal hier die Vorgänge noch mit. Da draußen schreit schon innen rum. Hilfe. Äh, ich will immer falsch klicken, gell? So. Wieso habe ich schon Blut an mir dran? Warum? Hast du dir in den Kopf gestoßen? Nee. Ich habe auch keine Dachterrasse gefunden. Alles gut. Wasch'n du selber. Dann muss ich das mal machen. Äh, bin schon fertig. Das war wirklich nur so ein Popelspritzer oder so. Okay. Komm, wir zwicken die mal. Wir sagen mal, dass wir anwesend sind. Da wissen sie Bescheid. Da, rauch! Du scheiß Elfriede. Ich zwick dich. Ja, wo sind die jetzt alle hin? Jetzt kann ich wieder Stofffetzen sammeln. Mein Leben hat einen Sinn. Oh, wir haben ja noch nicht mal eine Tic-Tac. Ach was. Ey, ich mache den Suchmodus. Darf ich jetzt mit Stofffetzen machen? Dankeschön. Was für eine Frau, hä? So, Leute. Warte, Mischel. Ah, ich habe eine Uhr. Die ist schon... Die ist schon der Beste. Ich habe eine Uhr. Äh, wie kalt ist es denn? Ah, ich habe jetzt immer umgestellt. Scheiße. Dann stell es doch jetzt schnell um. Oh, darf ich das Gold wieder sammeln? Oh, warte mal. Ich will ein bisschen hinweg. Ich sehe das hier. Oh, ein Zombie kommt durchdruckt. Wo ist denn die alte Elfriede? Ja. Ah, ich will das sammeln. Na, komm mal ja. Hans-Werner. Schmerzpillen. Schmerzpillen. Wo ist denn das? Hier, Uhr. Genau. Welche Blödsau verwendet die schon vorneheit? Genau. Oh. Da ist nichts. Ich mache gleich hier unten das Haus dann, ne? Leere Flasche. Geheim mich, ich nehme sie mit. Kann man mit Wasser füllen. Da ist das ja minus 1000 Grad. Ne, wie viel? Minus 9. Oh ja, schnell ins nächste Haus. Das ist so krass. Aber den muss ich... Hä? Der war gerade eine Leiche und dann... Ja, und dann steht er auf einmal. So. Äh, Team, wir... Gib mir den Stift. Oh, hier unten. Ja, Schatz. Wir säubern die Welt. Wir säubern die. Das kannst du wissen. Gib mir das Silber an, du Alte. Diesmal machen wir sie fertig. Wir sind das ausgebildete Einsatzkommando. Und wurden geschickt. Naja, ich bin der Eintrecherin. Kannst du da auch Türen aufmachen? Nee. Wenn ich drin bin, kann ich es auch... Äh, das ist wieder ein Haus ohne Lichtschalter. Ich verstehe schon. Das ist Standort. Naja. Rennst du einfach ins Regal? Weil da nichts ist. Hier ist gar nichts. Da ist nichts. Ah, Küche. Okay, guck du mal. Ich bin verwirrt. Nimm das alles mit, du dummer. Meine Güte. Also, wir haben ja auf unserem Speicher, den wir offline spielen, ist keiner von uns bis jetzt gestorben. Wir haben so immer mal Augen geschwunden. Aber da haben wir so im Schnitt 500, 600 Kills hier doch, gell? Ja. Äh, richtig gut, was wir gemetzelt und gelootet haben. Wir sind's gut. Da sind wir quasi gut. Gell? Sind wir das, glaub ich, quasi? Quasi? Oh, hier, der Mutti. Guten. Ja. Oh, Austern will ich nicht essen. Ist egal, man kann's essen. Nee, 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 nee. Also, da esse ich lieber einen Regenbogen. Ohne Scheiß. Aber Austern, nee. Das Schlepprige. Das ist ein Spiel. Wie so eine vollgesaugte Binde ins Maul. Das ist ein Spiel. Rügt dich. Ich möchte nicht weg. Ich hab ja weg. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Warum? Ich hab grad meinen Pulli gewaschen. Der ist jetzt nass. Was hast du? Ich hab grad den Pulli gewaschen. Und? Der ist jetzt nass. Na und? Ich war doch wieder krank. Ist doch nicht weit. Wenn das so kleine Strecken sind, ist alles gut. So, einer ist fertig. Das war meiner. Ja, ich muss es ja wegnehmen. Damit man das sieht. Ich war doch grad dabei. Du hast ihn. Du hast den. Ah, tatsächlich, ich war schneller. Ich hab ihn. Ey, der will jetzt schon wieder rauchen, gell? Meine nicht. Oh, warum? Hast du Tabak, Tabak direkt ins Blut gespritzt? Ja, klar. Was denkst du denn? Ah. Gut, abhaken. Achso, warte, ich muss doch mein Essen noch mitnehmen. Ja. Mensch, verbrannt. Nö. Oh, so schöne Stücke Speck. Das wäre jetzt meine Mutti. Weißt du das? Quasi. Weiß ich das quasi. So, ist das dein Auto? Nee. Von großen Weißen. Ist immer zu. Komm, mach mal auf. Probier mal. Ich will das mal sehen. Aber ich habe ja ein Auto. Ja, aber wir können doch drinnen looten. Na, aufmachen muss ich es. Äh, aufmachen müssen wir es. Machen wir. Aufboxen müssen wir es, wenn. Ich kann es ja nur kurz schließen. Kannst du das knacken? Rechtsklick. Mit hinten kam. Nee, gut. Also müssen wir uns entwerfen, aufboxen und dann... Ja. Oh, da sind Zombies in den Wald. Oh, nö. Das sind doch viele. Warte, warte. Ich will nicht in den Wald rein. Nein. Los, Mary, los. Ich passe auf. Oh, Gott. Oh. Jetzt will ich da drauflatschen. Gold. Einfach den Nasenstecker mit Pupil. Ausgezogen. Ein Suchmodus. Den Suchmodus unterschätze ich jetzt nämlich nicht mehr. Da habe ich letztens, ähm... Trink gebraucht durch so eine Wunder. Die Nähnade hat er gefunden. Deswegen nehme ich den jetzt immer. Zwischendurch. Muss ja nicht rumrennen wie noch. Hm. Ist ein Entspannungsspiel, gell Schatz? Ja. Ah, hier gehört mir. Ja, das sind viele, viele. Aua. Hilfe. Nee. Ah, das ist scheiße. Hilfe. Schatz, ich brauche Hilfe. Jetzt. Ich bin doch auf dem Weg. Ja. Hilfe. Das sind Schlampen, die wollen mich begrapschen. Drei Stück. Da musst du doch aus... Ausflippen. Hilfe. Geh, oh. Jetzt. 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 Jetzt ist nämlich Schluss. Ich sammle es trotzdem. Die haben mich zweimal verfehlt. Das ist bestimmt dieses Glücksattribut. Hm. Ja, eine Armbanduhr. Eine goldene. Die war reich, die alte. Deswegen war die so aggro. Äh. Äh. So. Jetzt ist Schluss. Ist jetzt Schluss. Quasi. Quasi. Hier ist doch einer drin und quietscht. Oder? Ja. Hier. Jetzt knallt's. Hm. Bestimmt da. Jetzt krieg's ne Waffe. Siehste? Klatsch nicht mit dem Notizbuch einfach. Ehen über den. Über den Gusch. Hier. Bestimmt. Wollen wir wetten? Na klar. Bis einfach nur noch matcht. Wunsch ob der Ecke. Beste Frau. Oh. Büroklammer. Ich hab auch eine Ruhe. Ah. Ich hab's auch gewonnen. Gewonnen. Hm. Ich hab zwar Kippen, aber ich hab noch kein Feuerzeug mischt. Hm. Oh ja. Die schöne uralte Zeitschrift gefunden. Mit nem Fernsehprogramm von vor 100 Jahren. Was kann ich denn? Können will machen. Handschuhe anziehen. Ich... Einen Kopfkissen nehm ich mit. Das will ich knütteln. Nimmst du das quasi mit? Ja. Oh da ist ein Stift. Dann knutscheln wir uns drauf. Knutscheln? Willst du hier irgendwie so ne Trainingssacke erst mal? Äh ja. Ich nehm nix. Das gefällt mir alles nicht. Hier. Jetzt geht's los. Pistole. Magazin. Öh. Schießpulver sammeln. Kann man auch. Ich will doch kein Schießpulver sammeln. Ach weil das ne Patron ist. Patronen kann man auch zerlegen. Patronen. 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 Der erste Batterie für uns. Das ist schon mal safe. Solegen kann man sich sogar grün. Ja. Ich will die mal sehen. Dies drühen. Drühen mit dir. War dies grau. Dies. Klau. Ne, ich will grün. Grünes besser. Ja, drühen. Auch. Ach man. Alles andere macht das gut. Ich bin schon wieder doof. Ich kann aber auch nicht anders. Passi. Ist mir egal. Da quietscht du oder was? Wirklich so ein blöd Mann. So eine verrottete Küche. Hier ist nix. Ich trinke noch mal was. Silber. Aber erstmal habe ich meine Handschuhe. Das ist schon mal gut. Ich schaffe jetzt ein Reinigen. Wo quietscht es denn hier? Ich nehme noch mal Vorhänge mit. Wenn wir wieder... Ja. Irgendwo. Festhängen. Müssen wir unbedingt mal pennen. Ach ja. Oh. Ich höre es nur matschen. Und da weiß ich, die Mary ist da. Die saß hier direkt an dem Haus. Die Olle, die du quietschen gehört hast. Ich habe sie nur geboxt. Ja. Und sie uns was tut. Nicht. Die wählen mir einen Lulu-Mann. Und da musst du die boxen. 4, 5, 6, gegen... Die sind zum Glück noch verteilt. Ja, die Gold. Ja, ohne Brille. Die nirg ich oben mit. So, abhaken. Wo bist du denn? Ich bin schon zum nächsten Haus weiter. Warte doch auf mich. Jetzt sind nämlich schon dort, Mann. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin hinten lang. Weil ich gucke, bevor ich irgendwo lang renne. Ja, aber ich habe Angst. Guck mal. Ey, die zwei erst mal. Komm. Ja. Wir bleiben erst mal hier. Die kommen schon. Ich such mal hier ein bisschen. Darf ich jetzt die beiden hier looten? Ja. Siehst du, jetzt hast du auch eine Uhr. Ich habe so eine schöne Nerd-Brille gefunden. Super. Komm, die zwei Zombies jetzt langsam raus. Ich sammle auch die Uhren. Ach, jetzt. Och, die brauchen wir ewig. Meine Güte. Hallo? Oh, Team Lock. Au, au, au. Sag mal, du Franz Werner. Lassst du mir auf, dich zu küssen? Ich klatsch dir, boah. Du blöd Mann. Der will nicht umfallen. Jetzt. Einfachs Gesicht zertreten. Boah. Ja, es ist ja so. Hat er ja gemacht. Fangen wir quasi wieder bei Null an. Aber ist nicht schlimm. Es macht immer wieder Laune, gell? Ja. Neh mich um mit. Der hat mich gebeißt. Der hat dich gezwickt. Ja, da. Und gesägt. Aber der erste Wunde, das ist doch scheiße. Da hat er aber ganz schön zugeknutscht. Wo hat denn der dich hingeknutscht? An der Hand. Oh, der wollte dir einen Handkuss geben. Aber so heftig. Da ist einfach der blaue Knutschfleck aufgeplatzt. Oh, da quitscht eh noch. Da drinnen. Hilfe. Kannst du die aufknacken? Auch nicht, gell? Was ist das denn, Einbrecher? Na, die kann das nur am Fenstern oder... Na, mach mal. Aber die macht die alle auf, oder was? Trenn sie mal. Aha. Aha. Neh mich gleich mit. Oh, Sporn. Raus. Oh, nö. Nein. So, jetzt wird dem nämlich übel. Schnell raus. Bleh. Ich glaub's. Oh, oh. Ich hab's schon... Nee, ich hab's nicht. Gut. Ui. Dann müssen wir das markieren, weil das loot wir irgendwann vielleicht noch. Ja. Was nehm ich denn? Ich nehm... Gibt's hier so ein Giftzeichen? Ja, gell? Warte mal. Ja. Ja, warte doch eins. Jetzt sind's so viele Symbole. Das ist auch ne Mod. Ja, ich nehm das Rad. Ich nehm hier den Totenkopf. Du auch, gell? Ja. So. Okay. So. So. Uh. Dann muss ganz schön was los. Huch. Ja, jetzt hör'n bisschen auf... Oh, nö. Mann. Die blöde Fette. Ich trete dich. Mann. Nö. Nö, ich hab keine Lust mehr. Wo hat'n die hingebissen? Die kommt an... ... und will mich gleich blowen. Hier war die mit ihrem Gesicht. Hier unten. Was ist'n mit der? Hä? Nee. Und sind ganz viele Zombies, da waren wir glaub'n nicht hin. Wir waren nur nicht mal ne Waffe. Jetzt reicht's. Sag was. Jetzt baue ich mir was. Pass mal auf. Ich such' jetzt Steine und Stöcke. Oh, ich will mal gucken, ob ich in meinem Auto was hab' auch immer. Hier oder was guck. Stimmt nicht. Irgendwo ist hier was. Vielleicht gibt da ja was cooles. Komm, mein guter. Oh, hier. Da siehst du nur noch die Muskeln, hier. Voll verwest. Schatz, renn doch nicht weg alleine. Hab' dir gesagt, ich will zu meinem Auto. Ja, nee. Nee, ja doch. Da kann man die doch auch einfach umfahren. Wollen wir das machen? Wir können jedes Auto hacken. Wollen wir das mal machen? Mhm. Wenn die uns... Komm, das machen wir sonst nie. Da haben wir das auch mal drin. Wenn uns hier einer blöde... Was ist laut? Das ist ein Auto. Wenn uns hier einer blöde kommt, dann rusten wir den mit der Karche einfach um. Mach die oben mal weg. Du musst die jetzt mal... zerschmieren. Zerschmieren? Mit den Rädern. Wurrlalala. Ich hab' nie gesehen, dass ich oben geht. Jawohl. Jetzt. Wir werden sie alle verdichten. Bluten. Oh, Gold. Alles. Ich brauch' doch wirklich diesmal wieder 100 Stoffhetzen. Ach, mehr. Ich sammle wieder bis 1000 ab. Das lese ich. Warum? Weil ich's eh brauch. Kamera, willst du die haben? Ja. Einfach zum Sammeln? Ja. Schmutzige Bandage. Na, weil das wieder blutet wie Sau. Oh. Brieftasche. Nehme ich mit. Brille. Nehme ich mit. Ich sammle wieder jeden Scheiß hier. Hier, Silber. Ich will hier einen Händler und dann vertickst du das. Wisst du das? Was? Ja, die Brille mit Silber aus den Ohrhutten. Jetzt machen wir gleich das Haus hier, ne? Na klar, mein Guter. Hä, mein Guter. Ja. Hä, ist das? Oh, hier. Frische, ungekochte, tote Ratte. Kennst du das schon? Guck mal. Die macht schön unglücklich. Da heult der nur rum. Tut er eh beizeiten wieder, weil wir keine rauchen können. Warte, Bandage noch. Ja, ich warte doch. Ah, es hat aufgehört. Okay. Oh, Tee. Wir haben noch nicht mal die sterilen Scheiße. Ja. Wir haben auch noch keine Waffen. Wir haben noch gar nichts. Hier quietscht was? Hallo. Lass quietschen. Hallo. Wir machen eine Zugriff. Meine Schätzung ist hier. Ne. Dann jo. Waffensteuerung. Achtung. Marion Aktion. Einfach. Einfach kaputt. Wie als wenn du auf so eine... Wie auf so einen Käfer. Ja, wie als wenn du so eine Wasserbombe zerdreht bist. Zerdreht bist? Ja, alles voll. Mit Blut. Blut. Jetzt ist meine Bandage schmutzig. Oh, Kugelschweibau. Ich hab gewonnen. Wie kann man da auch als Waffe nehmen? Macht den meisten Schaden. Guck mal. Süß. Einfach durch den kompletten Körper durchgestochen. Gibt's hier was zu essen? Ne. Da haben wir verloren. Gold. Gold ist aber kein Essen. Aber da kaufe ich mir Essen beim Händler. Hä? Welcher Händler? Es gibt keinen Händler. Das fehlt mir hier noch. Eine Sauglocke. Komm, ich kämpfe damit so noch schön. Mit Kacke folge ich mir den Sauglocke. Das mache ich. Zahnbürste. Oh, ich nehme es mit. Ich sammle alles. Für die Nachwelt. Was für eine Nachwelt? Wiss ich nicht. Oh, ich muss mal was trinken. Ah, guck dir das andere epischste. Wenn wir mit der Sauglocke rumhängen. Da ist nicht nur Kacke drin. Verdammelette. Gibt's halt die ohne Hunger. Ich muss jetzt leider noch warten. Hast du was zu essen? Ich nicht. Das war im Kühlschrank. Warte mal. Viel? Ja. Wieder noch Speck. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Das braucht wieder 100 Jahre. Ja. Ich hake es schon mal ab. Komm, da ist so ein paar Eier hier. Es gibt auch kleine Kreuze. Guck mal. Oh, das wäre ich für die hier nehmen. Weil du hast manchmal auf einem Fleck so 500 Kreuze. Da kannst du gleich ausmalen. Wisst du, die Karte? Es gibt ein Spiffo jetzt. Ist die Karte dann ein Ausmalbildchen? Ja. Okay. Oh ja, Spiffo. Damit markiere ich mir jetzt immer die Spiffo-Läden. Okay. Also diese, diese... Ja. Was sind denn diese Restaurants? Die Spiffo-Läden. Ja. Die markiere ich mir damit jetzt immer. Dann weiß ich, die Spiffo-Läden sind. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt. Aber ich weiß ja, dass sie da sind. Weißt du? Ja. Vielleicht findest du wieder die Spiffo-Tasse. Guck mal, die wird schon wieder De-Pri. Oh, der ist das. Meiner heult einfach nur. Okay. Ich hab nichts gesagt. Der ist so süchtig danach. Wenn der nicht heult, wird er quasi traurig. Hä? Alles klar. Ja, so krass ist das bei dem. Ich tue mal hier ein bisschen Suchmodus machen. Dann fertig, wir können weiter. Indem ich gegen den Zaun laufe. Perfekt. So, das Haus da oben, oder? Ja, haben die gezwickt. Ich muss auf die Fahrerseite stimmen. Ist egal, wir holen uns ein neues Auto. Richtig den Reifen ins Fleischneidrehen. Das muss man machen. Na. Soll ich mal machen? Soll ich mal machen? Soll ich mal machen? Der kriegt einfach unter meinem Auto lang. Der lebt immer noch. Der kriegt unter meinem Auto lang. Ich hau den jetzt mit der Glocke ins über. Pass mal auf. Bussern. Was ist denn das für eine Sauglocke, Alter? Schmuck sammle ich, hä? Okay. Eine Jacke. Ja, jetzt hab ich sie zerrubbt. Komm, ich zieh sie mal an. Es ist so kalt. Jetzt sieht er wieder aus wie ein Panner, gell? Die Jacken sind so hässlich. Ja, bitte. Mann. Warum sind die nicht reich? Ich will denen das klauen. Ey, meiner hat Hunger. Das war's. Kam, nehm ich mit. Freundschaftsarmband. Ja. Nehm ich. Ja. Die sammelst du wieder, gell? Ja. Oh, die scheiß schmutzige Bandage. Stoff jetzt noch ein bisschen. Viele. 116. Das geht schon wieder los. Wo sind die? Ach jo. Ja. 180. Warum nicht? Zählt das mit dem Autoüberfahren auch mit Zombies getötet? Guck mal nach. Ich weiß es nicht. Ja, gell? Stimmt. Ja, ist ja trotzdem getötet. Wie ist die ja überlassen. Scheinbar. Wahrscheinlich quitscht oberst. Goldring mit Rubin. Verstehst du? Ja, so viel Zeit muss sein. Wir wollen wieder ganz viele sterile Stoff fetzen. Ey komm, ich hab letztens viele gebraucht mit der scheiß Wunde. Bevor wir die Nadel gefunden haben dann. Mache ich das hier mal noch. Schon wieder 32 Minuten, ne? Huch. Boah. Ey, ich freu mich jetzt schon auf die Maul. Wir müssen Munition und alles finden. Und dann gibt's hier einfach nur noch Krieg gegen die Zombies. Infizier, das war mir so klar, du fette alte Mutti. Da quellen quasi einfach die Maden raus. Oh ne, Sporn. Hilfe. Ich hab's vergessen. Wo sind doch Totenkopf... Totenkopfz. Kopz. Totenkopfz. 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 So heißt das nämlich jetzt bei mir. Totenkopfz. Ja. Soll der mal klappen? Oh, dann hinten ist noch so... Ich guckst du mal da rein. Ich guck mal hier das Auto an. Ich weiß was schickes ist hier. Draht. Na ja. Gut. Wir haben schon mal ein Draht gefunden, um uns zu erhängen. Sehr super. Das ist sehr schön. Wenn alles vorbei ist. Ich mach mal Suchmodus. Mal sind ein bisschen hier rumschlawinern. Ne, das ist zu. Da ist nichts. Ist da quasi nichts. Wir haben noch keine Taschenlampe, ne? Wenn es jetzt Nacht war. Scheiße, wir müssen looten. Komm. Wollen wir das Auto jetzt mitnehmen oder nicht? Wir nehmen das mit. Natürlich nehmen wir das mit. Höh? Eier, sieht's aus. Was ist denn das für eine Frage? Wer will das mitnehmen? Was ist denn das für eine Frage? Hilfe. Totenskopf. Boah, jetzt? Hallo! Hallo! Was für eine schöne Melodie du spielen kannst! Oh, da kommen einige Scheiße! Oh! 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 Guck mal an! Jetzt! Stirb doch endlich mal, du älger! Sind die jetzt alle tot? Nee, ich breit immer noch eine! Gut, komm! Den Rest machen wir so! Ja, ich wollte wenigstens runterfahren vor denen, damit wir die looten können! Kippel! Und ein Feuerzeug für keinen Rauchen! Wie viele Zigaretten hast du? 40? Hä? Warum? Ich bin's einfach! Warum? Weil ich's einfach bin! Und warum? Ist halt einfach so! Warum denn? Akzeptiere es! Und warum? Ja, für mich bist du sowieso alles! Schau auf jetzt bitte! Muss ich das auch mal akzeptieren! Hä? Schon wieder schmutzige Bandage! Irgendjener schmiert die immer voll! Na genau! Das ist wieder die scheiß Elfriede, Alter! Die geht mir aber auf den Sack! In jedem Spiel! In jedem? Ja! Aber hier, guck mal, brauchst du wieder Schminke! Kannst du wieder wie ein Clown hier rumrennen! Der fette Wartzen-Cafeteria-Inge ist das! Der fette Wartzen-Cafeteria-Inge ist das! Die Elfriede! Das ist ja nur der Wahrheit! Wir brauchen unbedingt Kochter! Ja, brauchen wir ganz schön! Oh, da muss was essen, der Gute! Scheiße! Die Sauglocke war mit Innschlag kaputt! Bäh! Das ist nix! Einlassen! Bandage! Geht schon wieder los! Infiziert! Ich werde sterben! Das war's! Wir können abbrechen! Es wird nur eine Falte! Das weiß jeder! Drama Queen! Das weiß jeder! Jeder! Du wirst es nachher sehen, wenn mein Charakter komplett grün ist! Alles aus Eiter! Achso, wie sieht unser Auto eigentlich aus? Bestimmt scheiße! Auch grün! Nee! Alles, alles! Du kennst nicht mehr rein! Das sind Sporn jetzt drin von mir! Das wird rot sein, das Auto! Alles rot! Alles drin! Ganz schön! Ja, Motoraube ist im Arsch! Batterie ist fast im Arsch! Motor fast im Arsch! Kraftstofftank ist auch für... Naja, nützt ja nicht! Aber wir haben sie zerschmiert! Mit den Reifen! Eins da öffnen! Ja, mach du! Da ist bestimmt nur eine ganz geringe Chance auf Alarm, hä? Bestimmt! Obwohl, der kommt ja auch manchmal, wenn du erst reinklatterst! Gell? Da! Nichts! Oh, das war aber ein ganz schön... Egel auf der hier! Guck mal! Der ganze Müll! Na! Schön! Der Gute! Der Gute! Der Gute! Flasche leer! Jawoll! Trink mal was! Schlaftabletten! Ja, brauchen wir nicht! Ich nehm's aber mit, weil das ist Medizin! Medizin ist immer... Spiegel! Jetzt mach ich mir wieder mein Standard-Gesicht! Jetzt mach ich wieder hier... Den heulen! Klar! Wie es guckt! Ja! Wie es guckt! Ja! Was für es! Steven ging's! Guck, da bellt sogar der Hund draußen! Ja, pass auf jetzt! Jetzt knallts hier nämlich ganzes Gesicht! Wie es guckt! Ich weiß nicht! Schön! Guck mal! Passend zu der Dramatik! Hier liegt ein Teppich! Oh Gott! Mann! Das ist alles! So! Ich will essen! Hallo! He he! Guck, nüff! Ja, krieg ich mal bitte was! Hier, du hast die Maus! Ich mach mir auch die Maus! Aber ich hab die Messer! Ja, auf dem Boden liegt ein Speck! Ja, ich möchte es sein! Schöner Speck, ja! Guck mal ran! Ich würde die Maus ja kaputt machen, aber ich hab kein Messer! Ja! Also wollen wir die doch sammeln und schneiden! Ja! Okay! Jetzt hab ich jetzt in meinem Spiel... Ja, toll! Jetzt hab ich Hunger! Du hast doch genug! Ich hab nix! Ich hab eh ne Konserve und das ist ein Not-Arsch-Retter! Ja! Weil die alles lootet! Die Frau! Vielleicht du schon dich damit beschämt! Oh! 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 Fällig panisch! Und rennt gegen die Wand! Oh! Ich zwick dich! Ich töte dich! Oh! Oh! Auf Wieder! Komm ran! Ich schmeiß dich um! Und dann dreh dich! Oh! 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 Ich hab' mit so ner komischen Handgabel gekämpft! Ja! Mit so ner komischen Handgabel! Alter! Einfach! Ey! Mit ner Gabel in Nischel! Mach das mal! Das ist hot! Das ist Ill Dead! Toi! Hier ist natürlich nichts drin! Klar! Alles ist Ill Dead! Alles! Das mach ich auch! Hier ist auch ne Gabel! Das mach ich! Ich hab ne andere Gabel! Ich hab' ne krassere Gabel! So! Nimm die Mama, eh guter! Ich hab's ne richtig schöne Kleine! Und die pikst du voll durch die Schädeldecke! Nimm欠! Ne! Na val! Da geht's los! Ich will Death! Jetzt kommt der Anführer hier mit der Gabel. Ich bin der gefährlichste. Na, boah. Ich besiege jetzt einen Endgegner aus allen Spielen. Mit der Gabel. Wo bist denn du? Ah, blablabla. Mary Poperi, wo bist du? Ich habe nur wieder ein paar Zombies getötet. Nee. Ja, doch. Jetzt tötest du meine Zombies? Ja. Ja. Scheiße. Ah ja, was haben wir gemacht? Du musst ja Oma abhacken. Ich habe auch noch ein Video gemacht. Wollen wir das hier oben noch mitnehmen? Und dann fangen wir hier so an. Wobei wir da jetzt laufen. Ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt das Auto die Kurve zu machen. Das ist nicht weit. Alles gut. Dann hol mir dann das Auto hier wieder und hauen dann ab. Ich wollte das alte nicht. Das ist eh ein Arsch. Oh, Hilfe! Ich töte dich. Oh, die Gabel ist sofort kaputt. Ja, ich sag doch, meine ist krasser. Die alte Inge. Match. Oh, Goldring mit Rubin. Vier Stück. Warte. Mindestens. Ja, ich warte. Ich muss das Stoff sammeln. Ach, du Scheiße. Fünf. Oh, voll in Erfassen. Jetzt ist die Schmeck. Das triggert die aber anscheinend trotzdem in irgendeine Richtung zu laufen. Guck mal. Auf einen Schlag nach dem Geräusch sind die losgelaufen. Dann lass. Aber die verteilen sich schön dadurch. Ja, ja, ja. Alter, das ist gut. Das wusste ich gar nicht, dass das so krass drin ist. Zeig mal. Tatsache, die hauen ab. Dann machen wir erst die zwei Einzelnen hier. Komm, sie stammt bei uns. Ich will den Rickhut. Warte. Na, dann mach den mit dem Rickhut. Oh, nö. Ja, kommt auch hier noch. Oh, nö. Höh. Bitch. Halt! Äh. Na, glaub du, da drinnen noch schön. Halfter. Schlagschock. Aber das wusste ich nicht, dass die auf die Geräusche auch reagieren. Das wusste ich jetzt bis jetzt auch noch nicht. Ähm, wie gesagt, die standen ja auf einem Hofen. Also diese random Sound Events. Und auf einen Schlag sind die los. Also muss das ja irgendwas mit dem Geräusch zu tun haben. Hallo, wir sind zurück. Erstmal schön mit dem Gummiknippel ins Gesicht. Wenn du tot bist, verhafte ich dich. Hä? Jetzt ist nämlich Schluss. Jetzt kommt der Sheriff. Und tut euch mal klöpfen. Hier drinnen könnt ihr es guten Wut geben, weil das ist so ein zugenageltes Gebäude. Hm. Ey, die kommen von sonst irgendwo, gell? Kommen immer noch welche. Hallo. Ich haut dir das Ding voll aufs Nasenbein. Ich hab jetzt ein Metallrohr gefunden. Das ist besser als nix. Oh ja. Na eh war. Ich haut dir das Ding richtig schön ins Gesicht. So. Oh. Oh, die war reich, die alte. Oh. Oh. Aha. Hier klopfen welche. Als wenn der an der Scheibe dann geschmiert ist. Huch. Huch. Einfach zerschmiert. Den blöden Aladin. Komm jetzt will ich mal essen suchen. Mach mal. Ich find natürlich nix. Es ist doch klar. Eine Schüssel. Das ist klar. Komm. Da ist nix. Ich hab's gesehen. Ich schmier mir quasi den Staub da raus. Vielleicht klebt ja noch ein Rümel dazwischen. Genau. Fest gegottet. Bäh. Warum? 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 Ja. Bring. Befülle. Flasche leer. Drei. Ich pulle wieder rein. So. Ist jetzt hier was? Da ist doch nichts. Oh. Hier ist ein Alarm an. Bob. Mach ich mal aus. Höh. So. Ach an der Uhr. Sind wir bei 46 Minuten. Machen wir noch hier hin. Jawohl. Der fette Mutti ist zurück. Sie hat ein Beil gefunden. Ein scheißverdammtes Beil, Baby. Jetzt machen wir einen Zugriff. Komm. Wir machen jetzt hier einen Zugriff. Ich geh schon mal hier rüber. Da ist nix. Oh. Jetzt kommen sie. Ich zwick dich. Einfach zerstört. Die alte Mutti. Mischeln. Belassen wir uns bei 50 Minuten ungefähr. Okay. Okay. Jetzt hat der Hunger. Das wird enge. Seitdem du hast was. Möchtest du was haben? Ich hab Hunger. Ich möchtest den haben. Mais. Schöner Mais aus dem Labor. Hier im Dreck liegt es. So gehen wir hier rein und sind wir safe. So. Wo machen wir denn aus? Hier drin? Das war doch schon eine schöne Folge mit Action. Okay. Okay. Jetzt sehen uns keine Zombies. Na. Jetzt kommen wir ein bisschen. Bisschen. Jetzt sind wir ungestört. Gut. Tschüss.